Ah, der Herbst hat mal gespeichert. Haben wir wenigstens was als Erinnerung, weißt du? Vor allem, ich hatte jetzt letztens, hatte ich ein Video hochgeladen, keine 5 Minuten später kommt ein Kommentar dazu, weißt du? Der eine würde mir Props geben und ich würde dem Props geben und da dachte ich mir so, ne. So scheiße, ganz vergessen. Ich muss mal sagen, ich freue mich auf Operation H. Wann kommt denn das eigentlich? In Mai noch. In Mai noch? In der nächste Woche wahrscheinlich. In der nächste Woche wahrscheinlich. Aha, okay. Links werden auf jeden Fall wieder zurückgesetzt, das heißt, nehmen sie eine Winnie, halt neue Season oder es bringen einen neuen Operator und so. Ja, gut, bei For Honor hat jetzt die zweite Season begonnen. Da ist jetzt gerade angefangen. Oh, WM aus Süddeutschland, das Eishockey Team hat verloren. 1 zu 2. Oh. Uh. Durch Verlängerung oder normal? Keine Ahnung. Bestimmt nochmal. Ja, Kanada ist stark. Kanada ist stark. Das ist... Weil der die Blitzmeldung kam. Ne, wie gesagt... Ich bin hier der Random-Smoker. Ich will mich verarschen. Ich will mich verarschen. Ich will mich verarschen. Jäger. Ich will mich hier anfassen. ARCOG. Kompensator. Also, der Ene muss AFK sein. Der Ene muss ein Rekrut sein. Der vorderste, der jetzt noch bei den Gegnern lädt, halt links. Der war definitiv AFK. So wie es aussah. 515. Möglich, dass da ein Rekrut dabei ist. Müssen wir mal sehen. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter füllen. Würde ich mal sagen. Genau. Mach du den Dropper. Ich mach hier wieder meine. Weil ich brauche eine Wand. Genau. Mach mal hier. Ich brauche definitiv meine Wand hier. Ich tue den Twitch. Warte mal. Wie hätte ich denn das dann plötzlich mal gelöst, Alter? Daniel, nimm den Mute bitte nochmal weg. Ich hab Angst, ihn vorzumachen. Okay. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. So. Ich glaub nämlich, äh, kannst du den, die AVS nochmal wegnehmen? Und dann mach ich dir nämlich hier nochmal eine Wand hin. Falls die aufmachen sollten. Lol. Da war eine Drohne. Lol. Holz. Da stand ne, da stand tatsächlich ne Drohne an der, an der Wand, ne? Kleine mal mit zerstört durch den Shit. Äh, mach dich da nicht nach. Ja, sind safe. Gleich hier. Erstmal ein Headshot gedrückt. Ach Gott. Ja, die war grad am aufmachen. Boah, ich hab hier nen Headshot gedrückt. Aber wer wär das wahr? In dem Raum rechts, in dem Raum rechts muss es immer sein. Ja, hier. Ballern sie auf jeden Fall durch, also. Hab ich aber nen Blick. Kannste. Ha. Lauch. Da war der nächste. Alter. Na voll drauf gesprayt. Kam rein. Durchgezogen. Was denkst du? Gut. Kann ich dazu nicht sagen. Äh, die Ecke ist auch mies. Ich nehm die Rechte an, Hermanns. Hm? Mach das mal. Ja. Bei mir sind alle noch am Leben. Nur Smoke hat ein bisschen Schaden bekommen. Naja. Ach, sag ich doch. War, war auf gar. Schön. Jo, erstmal warten. Kann man mal gucken. Ranglos. Was? Ähm. Kann sein, dass er getreut hat. Alter. Kannst du mir nicht erzählen, dass da zwei Anfänger mit dabei sind? Weil der Andrea ist ein Level 19er. Der Valentiner, äh. Also die Valentiner hier ist ein Level 10er. Der Amadillo ist ein Level 90er. Aber auch ranglos. 15. Und Level 11. Da brauchen wir noch Paus, äh Ricardo. Nimm dir auch noch welche mit. Alter, was ist denn da? Was ist denn hier kaputt, Alter? Nur Anfänger. Okay, bist auf den Level 90er. Der ist aber ranglos. Leute. Leute. Google. Maul. Google hat jetzt irgendeinen Scheiß gesucht. Alles klar. Okay, ich geh erstmal Fußball ziehen. Google hat da jetzt irgendwas. Äh, 90er ist dann los. Äh, Mute. Müsste Fußballzimmer sein. Oder Tanchis Apartment. Tanchis Apartment. Tanchis Apartment. Mute. Mura. Recruit. Ja, das ist... Das ist der, der... Hardo, ich hab dann gleich ne gute Stelle, wo du... Der Level 11er. Wo man durchhalten hat. Aber dann bräuchte ich dich mit, Daniel. Dann müsstest du die Wand aufsprengen. Also soll ich Sprengmanden machen, sozusagen? Soll ich erst rein fusen, oder? Ja, wie gesagt. Die haben gecastelt, die Wand, ne? Ist dir bewusst. Ja. Das ist okay. Du kannst ruhig erst mal füßen. Ein bisschen flacher ansetzen. Jo, da war der Erste. Noll! Noll! Neutralisiert. Eigener Kumpel. Ja. What? 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 In 11. Mit der Fuse. Was? Das ist jetzt bitte. Ist jetzt nicht passiert. Ist jetzt passiert. Ist jetzt passiert? Jawoll. Jawoll. Alter. Alles klar? Schön aufs Bild. Sag ich jetzt mal nix zu. Ja, random verlassen, Alter. Die standen alle aufm Haufen. Alle. Die waren auf jeden Fall alle im Raum, ja. Die standen alle aufm Haufen irgendwo, Alter. Das war ja noch schlimmer als meine Ace damals. Das war ja mit einer Ladung. Das war auch eine. Das war ja mit einer einzigen Ladung. Das war auch eine. Ne, ne, das waren zwei Ladungen. Ne, die zweite hatte ich angesetzt. Die zweite hatte ich angesetzt. Die hatte ich nicht gezündelt. Damals hatte ich nur mit einer, äh, hatte ich das mit zwei Ladungen gemacht. Ach so. Den ersten habe ich aber vier gekillt. Ach so. Und den letzten hast du praktisch mit deinen zweiten. Aha. Ah, das ist mies gewesen. Aber mit einer Ladung, das ist heftig. Alter. Die müssen da alle irgendwo gesessen haben. Die müssen da alle irgendwo gesessen haben. Safe. Das ist safe. Das muss dir zugeben, das war epic. Das war jetzt fucking epic. Das war jetzt fucking epic. Das ist ja übelste. Ja gut, was willst. Ich sag mal so, ne. Was willst du nun bei Anfängern der Level 90er hätte das eigentlich wissen müssen? Dass du dich da irgendwo fernhält. Oh, Twitch. Die habe ich aber schon erwischt. Wurrschön. Vorne durch die Haupttür, ne. Hat einer Shotgun? Ne, ne. Ne. Ich habe aber auch bloß ein Schild mit dir. Du hast gerade einen Trick. Ado, du hast gerade keinen Kranat, ne. 10 Sekunden. Danke. Warte, warte, warte. Ich bleibe mal auf. Bau auf. Die Drohnenbewegung hat den Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert. Alter, das war übel. Das war epic. Alter, sieben Leute auf der Uhr stehen, ne. Ah, okay. Hast du überhaupt schon mal einen Ace gemacht bisher? Nö. Ist das... Ist das Erste. Keine Munition. Kommt mal raus. Ist das Erste. Deswegen ist so Fuse so gefürchtet. Der ist eigentlich ein Standard. Ein Leutnant im Raum zu bleiben. Irgendwo da vorne. Warte, hier. Ah, nein. Na ja. Ich habe die Eingung so im Blick. Ich kann das probieren. Ein Risky, aber ich kann es probieren. Wie probierst du? Nee, lass ich. Lass ich. Lass ich. Lass wieder. Ich bin in den Ehen, den ich da als praktiziert hab. Ja, ja. Wer ist? Da ging Puls drauf. Willst du vorbei? Hei. Hei. Jetzt versucht er da. Da auf jeden Fall. Irgendwo dahinter. Was hat er kaputt gemacht? Bei der Haupteingangstür. Ah ja. Hat er jetzt vorderer random durchzuballern oder was? Ja. War ein Störsonder. Hey komm, der war geplant, oder? Der war geplant, oder? Der war geplant, oder? Nee, Quatsch. War Twitter bestimmt. Wahrscheinlich zu Ricardo. Die neue Direktion hat gepasst. Äh, Drohne versucht unten, glaube ich, durchzufahren. Echo Drohne. Äh, Echo. Äh. Habe ich. Gut. Äh, lol. Ist die letzte gewesen. Ein Gegner. Oh, nice. Fenster oder was? So. Oh, sorry. Loll. Loll. Habe unser random back geballert, erst bevor die Flitte gelaufen. Ja, das macht nichts. Ja, das ist eine Zwitschärmiere.